Arbeitet Rockfish Games an einem neuen Everspace, Saints Row 5 befindet sich in Entwicklung und THQ Nordic kauft weiter fleißig Entwicklerstudios ein. Das und mehr jetzt in den News. Rockfish Games arbeitet an einem neuen Space Game, das im Rahmen der Opening Night Live auf der Gamescom am 19. August vorgestellt werden soll. Noch ist nicht bekannt, wie das neue Spiel der Everspace-Macher heißen soll. Von offizieller Seite aus heißt es allerdings, dass man sich das Feedback zu Everspace sehr genau angesehen habe und ein Wunsch sei dabei deutlich geworden. Eine offene Welt mit klassischen Rollenspielelementen im einzigartigen audiovisuellen Stil und der intensiven Action von Everspace. Dürfen wir also eventuell einen zweiten Teil des Space-Shooters mit neuen Elementen erwarten? Bisher wird nicht konkret gesagt, ob es sich auf Basis von Everspace jetzt weitergeht oder ob es ein völlig neues eigenständiges Spiel wird, aber wir werden auf der Gamescom die Entwickler zu Besuch haben. Also schaltet ein, am Dienstag um 17.30 Uhr sind Sie bei uns im Gamescom Together-Stream. Wir starten den Stream jeden Tag um 11.30 Uhr auf twitch.tv slash monstersandexplosions und streamen bis Samstag jeden Tag. Wir stellen da einen Haufen neuer Spiele vor und sprechen mit einer ganzen Menge Entwicklern und haben viele, viele interessante Go-Leute zu Gast. Lohnt sich also auf jeden Fall mal einzuschalten. Volition arbeitet an einem neuen Saints Row. Das hat Publisher Tiet QNordic im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftszahlen bestätigt. Viele Infos gibt es dazu allerdings noch nicht. Man sei tief in der Entwicklung, sagt der Publisher und dass es der erste vollwertige Ableger der Reihe seit Saints Row 4 von 2013 sein wird. THQ Nordic ist weiter auf Einkaufstour. Dieses Mal landeten Milestone, Gunfire Games und Goodbye Kansas Game Invest im Einkaufswagen. Die Rennspiel-Experten von Milestone, die unter anderem hinter MotoGP und Ride oder Monster Energy Supercross stehen, werden unter Koch Media weiter unabhängig arbeiten. Gunfire Games, bekannt für die Darksiders-Reihe, hatte ohnehin schon sehr eng mit THQ Nordic zusammengearbeitet. Bei Goodbye Kansas Game Invest handelt es sich um eine 2016 gegründete Investmentfirma, die sich auf die Gaming-Branche konzentriert. Dieser Einkauf beinhaltet auch eine Minderheitenbeteiligung an fünf weiteren, sich im Aufbau befindlichen Entwicklerstudios, unter anderem Palindrome Interactive und Fall Damage. Außerdem besitzt THQ Nordic hiermit die Lizenzrechte am Open-World-Spiel Biomutant, das noch dieses Jahr erscheinen soll. Manche Spieler sind begeistert, andere enttäuscht davon, wie viel oder wenig Leistung die Nintendo Switch bringt. Einige der zweiten Gruppe fragen sich vielleicht allerdings auch, bekomme ich vielleicht noch ein bisschen mehr aus der kleinen Konsole raus? So auch die Experten des YouTube-Kanals Digital Foundry. In einem Versuch haben sie die Switch übertaktet. Was genau das allerdings bedeutet und welchen Sinn es hat, erklärt euch jetzt aber in aller Kürze mein Kollege Hardware-Experte Nils. Overclocking bzw. das Übertakten von Hardware soll mehr Leistung ermöglichen. Wie der Name schon sagt, wird dazu die standardmäßige Taktrate erhöht, etwa vom Prozessor, der Grafikkarte oder dem Arbeitsspeicher. Auf dem PC gibt es dafür verschiedene Softwarelösungen, die auf den Konsolen in aller Regel fehlen. Im Falle der Nintendo Switch ist es aber unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die Taktraten manuell zu erhöhen, wie Digital Foundry gezeigt hat. Genau genommen handelt es sich zwar nicht um Overclocking, weil NVIDIAs Tera-Chip in der Switch von Nintendo von Haus aus mit niedrigeren Taktraten betrieben wird, als eigentlich für ihn vorgesehen sind. Dabei hat sich Nintendo aber natürlich was gedacht. Schließlich sinkt mit höheren Taktraten auch die Akkulaufzeit. Außerdem steigen die Temperaturen der Hardware, was die Lüfter lauter werden lässt und sich auch negativ auf die Langlebigkeit auswirken kann. Man sollte sich also immer gut überlegen, ob man übertakten möchte, weil damit stets ein gewisses Risiko verbunden ist. Mit Blick auf die Switch und die Ergebnisse von Digital Foundry kann man sich aber durchaus fragen, ob Nintendo vielleicht etwas zu vorsichtig mit den Taktraten ist. Ich fände es ja am besten, dem Spieler die Wahl zu lassen. Etwa nach dem Motto, willst du mehr Performance oder längere Akkulaufzeiten? Allzu wahrscheinlich ist es wohl nicht, dass es auf der Switch je so eine Option geben wird. Aber wer weiß, vielleicht belehrt mich Nintendo ja irgendwann eines Besseren. Dreh dich um und sie wird wandern, von der einen Hand zur anderen. So klingt es zumindest, wenn man beobachtet, wer bisher seine Finger bei Dead Island 2 im Spiel hatte. Denn nach Jäger Development und Subo Digital wandert die Entwicklung des Zombiespiels jetzt weiter zu Deep Silver Dambuster Studios. Als Gerücht ging diese Info bereits im Dezember 2018 herum. In ihren Geschäftsberichten bestätigte THQ Nordic es nun. Das legt nahe, dass der Entwicklerwechsel tatsächlich schon vor einer ganzen Weile stattgefunden hat. Weitere Infos gab es zum Spiel allerdings noch nicht, womit weiterhin unklar ist, wann Dead Island 2 erscheinen soll. Heute um 15 Uhr bekommen wir den neuen Trailer zu EAs Rennspiel zu sehen, aber vorher gab es nochmal einen Need for Speed Heat Leak. Auf Reddit sind angeblich weitere Details aufgetaucht, nachdem vor kurzem bereits der Name durchgesickert war. Der wurde übrigens nochmal durch eine Verlinkung einer Facebook-Seite quasi bestätigt, denn auch in der URL ist der Name Need for Speed Heat nochmal aufgetaucht. Ein Reddit-User will außerdem weitere Informationen haben, so soll der nächste Teil wieder auf Cops gegen Raser in Miami konzentriert sein und in den 90er, 80er Jahren spielen. Die Protagonistin war früher eine sogenannte Runnerin, ehe sie die Seiten gewechselt hat und jetzt bei der Polizei arbeitet. Es soll eine offene Spielwelt geben, allerdings spielt man dem League zufolge nur nachts, es soll allerdings unterschiedliche Wetterlagen geben. Außerdem scheint es ganz so, als würde EA auf die anhaltende Kritik reagieren. Der League behauptet, dass es keinen Online-Zwang und keinerlei Microtransactions geben wird. Was genau am League dran ist, werden wir dann wohl heute Nachmittag ab 15 Uhr erfahren. Und das war's schon wieder mit den News. Morgen ist hier in Bayern Feiertag, das heißt, da werden wir keine News produzieren, aber am Freitag sehen wir uns dann wieder. Schaut euch bis dahin doch unser Video zu sechs nützlichen, aber versteckten Features auf der PlayStation 4 an oder warum wir von der DLC-Politik von Anno 1800 enttäuscht sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ganz viel Spaß und guten Loot!